20.000 Gems Megabox Open gewettelt. Startet in 3, 2, 1. Hey, ich hab immer noch kein Liebwischen. Ah! LOL! Oh, LOL! LOL! Oh, LOL! LOL! Ah! LOL! Oh, Mann! Riko! LOL! Was? LOL! Oh, LOL! Zum Update verlose ich unter jedem Video eine 15 Euro Google Play oder iTunes Karte. Dafür müsst ihr nur ganz rechts in den Shop gehen und dort meinen Creator-Code eintragen. Yo, Jonas, damit unterstützt ihr mich kostenlos, macht dann einen Screenshot davon und müsst dann Google Play oder iTunes kommentieren und einen Kontakt dazu schreiben, zum Beispiel eure E-Mail oder euren Insta-Namen. Hey, Leute, und damit frohe Weihnachten. Im heutigen Video machen wir das erste oder das zweite Vierer-Opening-Battle überhaupt auf einem Kanal und zwar heute mit 20.000 Gems, also über 1.000 Euro und zwar im Duell gegen Lukas, hallo? Moin, was geht, Freunde? Äh, Kevin? Was geht, hallo? Und die Spike-Master, Puki. Moin, was geht, ich habe leider keine coole Mütze, deswegen, ja, muss es mir so beheblich sein. Ja, also, Plan heute ist, wie gesagt, jeder mit 5.000 Gems, also insgesamt sollten es, ich weiß nicht, wie viele Megaboxen, ich glaube, 20.000 Gems überschlagen, keine Ahnung, ist ein 250 Megaboxen, glaube ich, so in der Richtung, 250 Megaboxen sollten es sein, genau. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird, ähm, wir werden natürlich keinen Bra-Pass kaufen und ich würde sagen, wir, ähm, genau, tragen direkt den Creator-Code ein, können eigentlich direkt loslegen. Und, ja, der ist schon mal vielen, vielen Dank natürlich für ein unglaublich geiles Jahr 2020, wir sind echt, ähm, explodiert im Kanal, also wirklich absolut vielen Dank nochmal an der Stelle und dann würde ich sagen, äh, Punkteskan als eingeblendet, ähm, ich gebe, sollen wir für 7, 8 verbleibende Punkte geben? Okay, also geben wir auch Punkte für 7, 8 oder 10 oder 9 oder 10 verbleibende, äh, Punkteskan als eingeblendet, ansonsten wisst ihr ja, ne, 2 für den super seltenen, äh, 1 für den seltenen, 3 für den epischen, 5 für den mythischen und 10 für den legendären und die chromatischen wisst ihr auch wahrscheinlich, würde ich sagen. Wir legen los und, ja, starten rein mit der ersten Mega-Box, let's go. Rein in die Masse. Auf geht's. Ey, Lukas, nicht so motiviert hier. Super, super. Was war das denn? Okay, Start, let's go. Ja, da, da hat die 2 geblinkt auf einmal und dann habe ich gedrückt, aus Versehen. Ey, du hast schon vorher getippt, was war das denn? Du hast schon getippt, bevor wir jetzt hätten alle gleichzeitig tippen müssen. Das war viel zu motiviert geschadet. Ja, echt, ey. Ich wünsche mir den Boxer. Nein, ich kriege ihn auch. Boxer, ne, ich bin, ich selber. Oh, ne, ich hab auch Kevin, Alter, das geht so nicht. Okay, sorry, dann machen wir die zweite als. Ja, ja, ist jetzt schlimm. Gut, jetzt machen wir die dritte, einfach die zweite, dass er eh wieder skipt. Okay, let's go, die zweite, die dritte jetzt. Okay. Oh! Hä? Hä? Hä, was ist denn? Das war jetzt die zweite, das war, das war jetzt die zweite Box von mir. Hä? Ich dachte, die zweite sollen wir skippen. Ja, sollten wir auch. Hä, da bin ich lost. Ja, das war die zweite. Noll. Ich bin jetzt erst mal da dritten. Ach, keine Ahnung, Alter, öffnet doch einfach. Ja, ich öffnet doch einfach. Vielleicht lag es an der Big Box, die ich geöffnet habe. Da müssen wir gleich nochmal machen. So, jetzt. Da machen wir bei der Big Box. Jetzt, einfach, keine Ahnung. Bei der letzten. Hä, ich hab gar keinen Tippe durchstehen. Okay, machen wir jetzt einfach. So, jetzt, okay, so. 20.000 Gems Megabox Open gewettetelt. Startet in 3, 2, 1, go. So, sehr, sehr schön. Das haben wir jetzt einmal hinbekommen. Sehr, sehr gut. Okay, ich wünsche mir den ersten Brawler Rico. Rico! Ich bin eine Box. Okay, ich hab wirklich. Und Rico! LOL! Was? LOL! Was? Alter, nein. Die Wahrscheinlichkeit ist übel gering. Die liegt bei 1 zu 600 WTF, Alter. Eine Maske? Boah! Eine Maske, diese Maske, Alter. Ey, wie geil. 1 zu 6. Jetzt zieht man auch Rico ein bisschen bei mir. Das ist echt, nein. Jetzt sind wir alle nicht Bruch bringen müssen. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Sehr, sehr geil. So, let's go. Würde ich sagen, wir legen los. Wir machen es eigentlich immer so, wir sollten am besten eigentlich abwarten, bis wir halt was ziehen. Und immer bei der blinkenden Einzelnein einfach warten. Und später können wir halt auch ein bisschen skippen, wenn wir Gadgets so ziehen können. So, Pookie. Mal gucken, ich gucke jetzt nur Pookie zu. Hä? Hä? Wieso? Ach so, ich weiß schon, wieso. Nein! Nein! Tu Broly! Tu Broly! Alter, nicht schlecht. Bei 6 verbleibende. Ja, ist schon mal ein guter Stoff. Was heißt denn? Kevin ist neu. Ich hab zu Bali, ich hab mich hingeguckt bei 4. Oh, Kevin. Das ist nicht gut. Dann musst du es weiter aufmachen, Kevin. Ja, warte mal, bei mir kommt nichts. Kannst du es noch weiter aufmachen, dann komm. Kevin, bei mir funktioniert das nicht mehr. Warum geht nicht mehr, Pookie? Warum? Ich weiß nicht, Bruder. Das hat immer funktioniert. Ich hab immer direkt einen Legendären gezogen. Ja, aber wenn du es wieder anziehst, wird es ausrasten. 3. Nee, 3 erstmal. Gut, ich hab noch keinen Browler gezogen nach den vorgegebenen. Also, gar keinen. Aber hab auch schon fast 1000 Gems ausgegeben. Hä? Oh, ich hatte sie schon wieder... Ey, Mann! Ich hab nur von 2. Ja, ich hatte es über 5, da hat sich die 2 gelegt. Kann Lukas zuerst machen hier. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ist das was krasses zählt? Oh, der Boxer. Oh, du hast auch den Boxer. Dann 3, 2, 1, 2. Let's go! Oh, ich hab schon drauf gewartet, dass du wieder schreist eine Länge D anziehst. Wäre so krass gewesen, Alter. Das ist zu mir groß. Schade. Diesmal leider nicht. Oh! Aber 7! Let's go, Leute! Let's go! Let's go! Die blinkt nicht wie wäre auch nice gewesen. Bei mir blinkt nichts! Ja! Let's go! 6! Jetzt blinkt's! Ich hab wieder was. Dann beginne ich mal mit vermessen. Und... Oh! Brawler! Oh! 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 Ich hab immer einen Trick gezogen. Ah, okay. Ist in Ordnung jetzt mal. Geht besser bei mir. Ich zieh jetzt Amber. Hey, wie viel hatten wir? Wie viel Gems? 5000. Ja. Ich hab schon 1600 weg. Oh, lol. Okay, krass, ey. Ich hab wieder was. Let's go. Ja, was ey. Zu Ende kommt die Bescherung heute, Leute. Ihr wisst. Oh! Ja! 6! Ach schon! Ja, hast du noch Pukki? Nee. Ja, warte. Ich zieh nach. Okay. Ah, okay. Let's go. Gut. Und... Go! Nein. Oh! Jacky! Oh, Junge! Ja, also, was ist das krass? Das ist nur ein epischer. Geht noch mehr auf jeden Fall. Mal schauen. Ja, safe, safe. Ja, aber die Chancen steigen zumindest. Ich hab jetzt 3800 Gems. Oh! Was hab ich da jetzt denn? Bei 5 von beiden drin. Ach so. Ja, ich hab Außersehen durchgezert wieder. Na, solo. Hä? Sieht ihr alle nichts? Oh mein Gott! Ja, ich muss erst mal chillen. Hä? Ich zieh was. Ich hab 6. Let's go. Ah, du musst chillen. Ach so, okay, dann. Let's go. Ja, ich bin bei 2400 TV. Oh! Und? Porky? Oh! Jacky! Woo! Nice! Ja, 4 von 5. Also, bisher ist bei mir, was hab ich denn jetzt bisher? Ich hab glaub ich... Hä? Ne, da muss noch was kommen, Mann. Ah, ich hab noch die Mega-Bucks im Angebot jetzt, komm. Lukas, komm bald Pam in real life. Hat irgendjemand schon was gezogen? Ich glaub nicht, oder? Nicht mal einen mythischen. Hä? Nicht wirklich, ne? Ich zieh echt überhaupt nichts gerade, WTF, ey. Come on, come on. Hä? Ich glaub das... Das Luck wird pro... Pro Handy berechnet. Und nicht pro Account. Ja, ich mach weiter. Ich seh gar nichts, WTF. Ich hab bisher nicht mal einen epischen gezogen. Lol. Ich auch nicht. Hä? Junge, nein! Okay, macht ihr. Ich bin raus. Ich muss gleich Abquiz erst mal machen. Okay. Wer zählt? 3, 2, 1, go! Carl! LOL! Ich hab Etko! Die beiden noch Brawler! Das ist so was K, Mann. Das ist so was K, Mann. Die Abquiz Brawler. Etko und Boywin. Nice. Gut! 2, 3, 2, 1, go! Ich hab was. Warst du, Lukas? 5. 3, 2, 1, go! LOL! Gay! Na nie! Okay. Okay. Wir haben nur noch 1.800 Gems, Alter. Nein, da sind nichts. 1, 2, 3, 2, go! TARA! Let's go! Loll! Mal mal machen! TARA! Ja, also wenn es so weiter geht, ich hab... Hä? Ich hab immer noch kein Liebischen! LOLL! Oh, LOLL! Oh, LOLL! 8, 2, 1, go! Oh mein Gott! Ja, mein! Let's go! Okay stimmt, kurz ab. Na, okay. Schade. Okay, mach kurz ab, mach kurz ab. LOLL! Was? Hä? Was machst du da? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh mein Gott! Jetzt geht's nochmal richtig ab, Leute! Okay, warte kurz. Warte kurz. Okay, jetzt... Jetzt müssen ich und Kevin noch nachziehen. Oder ich muss nachziehen. Ich hab ne Blinker. Okay, ich mach schon... Oh mein Gott, Alter. Es gibt 10 Punkte für die... Ach, verbleibende. 3 Broly! Das wäre heftig. Ich hab auch was, aber ne... Nice, Mann! Okay, du kannst du Fing's haben. Okay, Leute. 3 Broly! 2 Broly! Ah, ne. 2, aber 2? 2 Broly! 2 Broly! Oh, ja! 2 Broly! Okay, nice, okay. 3, 2, 1, go! LOL! Let's go! Nice, nice. Kann man mal. Ja, okay. Immerhin jetzt mal 8 verbleibende und hier ein Legendär. Das geht auch schon noch einigermaßen in Ordnung jetzt. Ich hab immer noch nichts gezogen. Ich hab nicht mal die epischen. Ich hab nicht mal die epischen. Ich mach jetzt den paar Screenshots. Ja, ja, ja. Lecker, lecker, lecker. Naja, ne. Was ist nicht mehr. LOL! LOL! Was ist jetzt los? Oh, Pipa! Soll ich aufmachen, Jonas, oder warten? Äh, ja, mach mal auf. Schau mal dazu. Gönn dir, Kevin. I want a gadget. Penny. Ich sag sein Leon. Ich sag immer bei Penny ist Leon zuerst, ey. Wer Penny ist so nicht. Junge, 1400 Gems und ich hab noch keinen epischen. Wenn ich das, wenn ich ausgerechnet mein Weihnachts-Betal so verliere, bin ich sehr enttäuscht. Das ist Pipa. Ah, nein. Immerhin. Ah, der erste epische, stimmt. Ja, nice, Mann. Aus 3500 Gems. Nice. Let's go. Freu ich mich auf jeden Fall. Nice. Ich mach mal Upgrades. Und das ist ein Gadget. Ja, passt. Okay. Guck mal, alle Upgrades. Oh, ich mach den noch mal. Ich mach den noch mal. Ah! Was? 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 Yes. Da ist er. Der Weihnachts-Legendäre. Sehr, sehr geil. Da haben wir doch. Loll. Komm, was soll ich euch noch am Schuss? Let's go. Let's go, Mann. Sollen wir beide Ember ziehen? Ja. Ja, ich hab sieben. Loll. Oh mein Gott, ey. Da ist das Weihnachtstag, Leute. Da ist es, ey. Zwei Legendäre. Ey, das letzte Mal 1400 Euro, 1300 Euro für keinen Legendären, hab ich dann doch ein bisschen sehr gefrustet, muss ich sagen. Wir nehmen noch auf. Unni. Sechs verbleiben. Naja. Ja, gut. Ja, schon. Hä, du hast doch Ember gezogen. Ja. Ah, lol. Ich warte mal wieder eins. Oh, vielleicht kann ich noch die große Ziel. Ich hab auch eine Eins. Warten wir mal. Ja, Lukas. Lukas, Lukas, Lukas. Schau nicht hier nicht alle Boxen raus, Lukas. Das sieht noch mal was. Hm. Das sieht nicht so gut aus. Ähm. Ja. Ich hab jetzt noch. Oh. Okay, mach mal lieber. 370. Oder kommt noch eine. Nee, komm einfach. 3, 2, 1. Go. Gadget. Gadget. Oh, wir haben alle das gleiche Gadget gezogen. Ah, jetzt. Oh, lol. Fünf wieder. Ich schau gar nicht mal was abwenden kann. Eine Sekunde. Ah. Ich glaub noch mal irgendwas. Ja. Ah, nice. Warte. Warte, 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 warte. Ich zieh nach, ich zieh nach. Moment, Moment. Und. Ja. Vier. Vier. Oh mein Gott. Nein, ups. Ich hab ein junger Kevin. Ups. Mann, Kev ey. Ist eh nur da gewesen. Fünf Boxen hab ich noch. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Die letzte nehm ich mir dann auf. Ja, vielleicht kommt noch was. Ja, sieben. Let's go. Noi. Okay, dann kannst du mal starten. Nice. Okay, dann starte ich mit nem Gadget rein. Und 3 zu 1. Go. Noch nem Gadget. Gadget. Wow. Nice. Hat's ja gelobt. Sechs mal meine direkt. Ich hab wieder sechs. Ich öffne direkt. Okay. Vorletzte Box. Gadget. Ah, Junge ey. Ich warte, ich warte mit der letzten Box noch. Ich hab wieder was. Vielleicht hol ich mal irgendwie auf, komm. Letzte Mega Box dann bei mir gleich, ne? Ja. Ich bin sehr enttäuscht von mir. Schade. Okay, okay. Nein. Das war mein Letzte. Ich hab alle geöffnet. Oh Gott. Okay, dann öffne ich jetzt auch die Letzte. Gadget. Okay, lass komm. Gut, dann. Letzte Box. Fünf verbleibende. Fünf verbleibende. Das war die Letzte? Das war die Letzte? Ne. Fünf. Ne. Das war's. Okay. Das war's. Ja, Lukas hat gewonnen. Und drei Punkte. Kann sein, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, soviel auf jeden Fall zum heutigen Weihnachtsopening. Glückwunsch mal an Lukas an der Stelle zum Sieg heute. Könnt ihr auf jeden Fall gerne bei allen vorbeischauen. Die sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Video. Euch allen schon noch frohe Weihnachten. Danke für das tolle Jahr 2020. Und ja, haut rein. Also für das tolle YouTube Jahr 2020 für mich. Und haut rein. Und ciao. 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 Ciao.